hallo leute und willkommen zu world of warplanes mit freezer 30 und dominikus an neues spiel neues glück halbe stunde bislang angespielt ableger von wot world of tanks ja mal gucken richtig ich bin auf bereit du bist der rotten führer also voll die rotte dumberg packt die minz bonbons weg man hört es ich bin über dir er kommt wegen dem namen ja pascal 218 ist auch klar hallo pascal ach quatsch den machen wir gleich platz ne das ist ein verbündeter wäre schlecht wenn wir den töten er macht übrigens die sound effekte für uns also ton gibt es bei uns schlecht das machen alle wie werfe ich bomben hey ich seh dich bin links von dir du musst auf den boden gucken und da siehst du dann so ein fadenkreuz und wenn du über ein gebäude fliegst und das fadenkreuz auf dem boden genau da drin dann lasse ich ein faden gut ich weiß gar nicht wo ich gerade hinfliege ehrlich gesagt hier ist alles so neblig ja du fliegst leicht über mir kann man dann nukes abwerfen kann man nukes abwerfen ich glaub mir ich würde nur atombomben abwerfen oh ja du würdest wahrscheinlich selbst noch aus dem flugzeug springen ohne fallschirm um da einfach nur runter zu kommen irgendwie ach scheiße wenn ich muss ja die maus gedrückt halten so b gedrückt halten richtig ja aber du musst aufpassen dass dein motor nicht er überhitzt ich hab grad irgendwas gemacht ich weiß nicht was das sind flack ich glaube ich hab keine bomben den musst du erst erforschen aber ich kann schießen das ist ja schon mein anfang aber ich werde grad hier ziemlich massakriert ich geh gleich sowas von runter nein die tage wird auch noch war thunder von mir kommen ich denk mal eventuell auch mit dem freezer das kann ich dann schön mit gamepad spielen und nicht mit maus hinter dir ist einer ich merk ich werd die ganze zeit beschissen du musst ja auch kurven fliegen ach iwo oh jetzt hab ich jetzt hast du nix hast du mich beschossen nein ich beschliess den hinter dir ich hab den er ist gleich down der hinter dir ok du bist down aber das war ja ich bin down hier seht ihr gleich mal eine schöne Bruchlandung natürlich alles gewollt oder auch nicht nein ich muss jetzt escapen ne genau und dann zurück zum hangar gut da seht ihr gleich meine ganzen schönen Viechers 5 Stück hey ähm ich hab jetzt nur noch Rang 1er so zur Info ja gut ich hab mir jetzt auch einen Rang 1er noch wegen dir geholt ich bin bereit warte auf Entscheidung des Rottenführers nein welcher Führer wir lassen Rottenführer was warte ich muss doch mal ich hab auch für so ein falsches Flugzeug ausgelegt oh noob was kannst du eigentlich was jetzt jetzt spielen wir die Amerikaner aber ich hab wenigstens 3 Bodenziele ausgeschaltet ja du hast das Spiel aber auch schon gesuchtet wie kein anderer ne hab ich ne hab nur Stufe 4 ja und ich Stufe 1 oder 2 ne Stufe 10 da seht ihr das Stufe 10 ne ne äh Gefecht starten so schöner Ami mit Tusse auf ähm Peter Brotor äh ich wollte nur mal hinzufügen die Erweiterung von dem P12 sieht aus wie ne Knutschkugel wie sieht mit Knutschkugel aus bitte definieren es gibt ein Auto das heißt Knutschkugel so ein kleines ich glaub italienisches Auto das hat irgendwie 20 PS oder so wiegt 100 Kilo oder so vielleicht 200 das Ding kannst du quasi tragen oh ah es geht los go 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 wie kennt er dir? nicht mehr lange ich werde ich ach ne du bist ja verbündet boah machen wir erstmal ein paar Kunstflügel wach wo die Grafik an sich ist gar nicht mal so grottig wie man es sich bei nem F2P vorstellt naja das muss ich auch sagen aber ich denk ehrlich gesagt das wird früher oder später eh pay to win ja ist doch immer so ich hab keine Bomben ich auch ne ich hab nie Bomben irgendwas schießt da hinter mir oh ich will zurückschießen macht Sinn hinter mir wenn denn hast du auf mich geschossen? du wurdest grade beschossen von wem? von mir nicht oh Gott ich bin da ich bin da ich noch nicht ich noch nicht ich noch nicht ich überlebe ich hab die Überleber ich bin tot ich bin tot ich hab mich einmal in der Zange genommen und ich war tot los komm das Schiff nehmen wir jetzt mit das Schiff nehmen wir mit Motor beschädigt scheiße scheiße du bist tot ich kann noch steuern ich hab noch ne schöne Kurve gemacht und ab ins Wasser gleich waschen gehen ja zurück zum Hangar super ähm ich kann dir mal kurz das Menü noch ein bisschen vorstellen ähm ja also wir sind hier im Hangar wir haben aktuell 5 Flugzeuge uh mein Stufe 2 ist wieder da wir könnten uns neue holen mit den Token das ist du sagtest Gold ne? ne? das hier ist Token das Token ist der Goldersatz ok ich hab hier noch Token tauschen da hab ich 26.357 Kreditpunkte und Erfahrungen ähm ja am Anfang haben noch alle irgendwie Premium Konten warum auch immer wir können wir können ok ich würd sagen wir holen uns direkt einen neuen Ami ich würd ehrlich bitte auf dem Stufe 3 erfahren ach Quatsch ich hab da doch noch 26 alter sonst muss ich nur die Dinger nicht spüren Dumborg bitte muten das ist jetzt warte da da muss ich gleich wenn die nächste Runde los geht muss ich was machen das ist doch echt nicht normal ähm ja das war so nicht geplant was soll man schon noch groß zeigen hier haben wir halt Japan... Japanesen Japaner ähm UDSSR ich weiß grad nicht wie es heißt Sowjetunion genau Deutschland Deutschland und die USA wir haben von jedem am Anfang einen dazu hab ich jetzt halt noch einen dicken Deutschen gekauft UDSSR wir gehen doch direkt mal auf bereit und machen die Gegner platt ne beziehungsweise wir werden platt gemacht wir sind Kanonenfutter ich glaub so wird die Folge jetzt auch heißen Kanonenfutter ey ja für dich vielleicht für mich nicht ich mach alle platt ja genau gerade du wie solltest du das denn bitteschön machen du und welche Armee ey Pata Pata ja 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 Alter sind wir gut ey ey wie geht's Aishe wir sind bei Stufe 4er dabei wer ist Aishe ey voll den hab ich erstens gesehen die mit dem Kopftuch verwirrt er grad nur mich oder euch auch schreibt es in die Kommentare ja ey verwirrt es in die Kommentare hey das ist die erste Aufnahmesession nach den 100 Abos wey he 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 wahrscheinlich die abonnieren alle nach der Folge wollt ihr mal hinzufügen ich bin he 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 richtig er spricht immer so nee wollt ich noch mal hinzufügen ähm ja so ladet's heut lassen wir alles schön drehen boah no money da ist doch ein boah da ist ein Orangener ich glaub die muss sich abschießen Attacke no money ich hab keine Bomben no money spin dumbbock no money he 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 wuh 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 he 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 wuh 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 da schmiert werde ab nochmal draufhalten SAVETY FOR EAST h wuh wuh Alter, jetzt geht's los hier. Was? Was? Spin, spin, komm, baby, spin! Ich geh unter, ich geh unter! Falsches Spiel, oder? Du musst doch nicht tauchen, du musst fliegen! Pater, das ist das nicht mit Schiff! Scheiße, falsches Spiel! Sollte gehören in der Luft! Ja, ich hab ein kleines Problem. Nur ein kleines! Kannst du mir helfen? Okay. Ich bin dabei gerade nicht ganz platt zu machen. Hey, ich lebe noch! Boah, das mit der Maussteuerung ist so ungewohnt. Alter! Stromabriss! Ich hab einem platt gemacht! Kann ich leider nicht weiterhelfen? Bitte informieren Sie sich dabei! Kleiner Idiot! Da ist der nächste schon! Komm, drehen, drehen! Jawoll, Junge, ich krieg dich! Der ist doch so ein kleiner Pin-Laden, oder? Hier unser Freezer! Warum? Du willst alles töten! Nein! Falsch, 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 falsch! Toten! Guck mal! Du musst das so sehen! Er möchte es kaputt machen! Du machst dich selbst kaputt! Ja, genau! Ach, du bist tot! Ja, ich bin tot! Du bist abgestürzt! Jupp, ich bin abgestürzt! Sehr, sehr stilvoll! Nicht! Boah, da ist einer, der raucht, Alter! Den snack ich jetzt jemanden weg! Du kannst doch keinen rauchen, den wegsnacken! Oh Mann! Oh Mann! So, jetzt aber, das wird jetzt was! Bist du jetzt in den Hangar gegangen? Ich bin grad am Joinen wieder! World of Warplanes! World of Warplanes! WoW! Kann das sein, dass ich nicht auf dem Server bin, auf dem du bist? Warum? Weil ich dich nicht in der Liste sehe! Warum bist du überhaupt rausgegangen? Ah! Ich war tot! Ich musste doch in den Hangar gehen und einen neuen... Nein! Du hättest doch bei mir zugucken können! Näh! Mach ich beim nächsten Mal! Vielleicht! Ich bin auf jeden Fall auf einer neuen Map! Mitten nur im Flieger! Ich glaub das ist ein Schnese, oder? Alter, werd ich mich verarschen! Ich war... Ich bin doch am Leben! Ein Schniedel? Wer hat Schniedel gesagt? Ist das ein Schniedel gesagt? Moment, es ist ein... Das ist ein Schniedel! Das Spiel ist ab 12! Wir müssen also auch da den Standard halten! Also, Dumborg, mach weiter! Aaaaaaah! Hahaha! Gell! 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 Go, go, go! Flieg schneller! Yo! Flieg nicht soo! Mein kleiner Freund! Did, did, did! Was passiert eigentlich, wenn ich meine... EC-Karte ins... CD-fach lege? Hahaha! Teste es! Wir probieren's! Ne, warte! Ich will mir irgendwas... Was nicht so wertvolles! Ähm... Falsche Richtung! Falsche Richtung! Falsche... Hui! Nein! Keine... Meine... Meine Deutschlandkarte! Ich weiß nicht, was ich grad getan hab! Muss ich ganz ehrlich sagen! Aber wir haben's überlebt! Ich weiß nur grad nicht, wo ich bin! Ah! So! So! Ey, sie hat sich gedreht! Yolo! Hahaha! Was soll sie auch sonst tun? Das ist ne... Das ist ne bekackte Deutschlandkarte! Scheiß drauf! Komm! Lies weiter! Lies! Liesi! Liesi! Ja komm! Ja komm! Ey, sie ist warm geworden! Hm! Vielleicht kannst du dir da ne Pizza oder so drin warm machen! Ne... Sehr... 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 Kleine Pizza! Ich bin schon wieder tot! Eine Mini-Diff-Pizza! Ah! Gut! Gucken wir doch mal irgendwem zu! Leuten, die's wirklich können! Kami... Katze... Fünf... Joach! Vier... Irgendeinen heißen Garten! Hab ich dich schon mal sucht! Okay, nein, das ist zu langweilig! Zurück zum Hangar! Go! Haben wir noch ein paar Flugzeuge? Die können wir jetzt gerne alle satt deppern! Jedes einzelne... Edeka! Edeka! Wo ist überhaupt Freezer? Na, Edeka! Er kauft Edeka! Ey, äh, äh, wie heißt er, wie heißt er, äh, äh, äh... Kaya, kaust du wieder Edeka! Oh, Mann! Ich spring Kaya! Kaya ist cool! Kaya hat das Toastboot erfunden! Schon wieder? Ah, jetzt passt ein Handy mit meines Laufwerks! Scheiß! Ja, das wird jetzt eine sehr professionelle Aufnahme, würde ich sagen! Da schmeiß ich erstmal mein... Handy runter! Wey! Na, 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 na! Wir sind da mit seinem Handy abgelenkt! Na, 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 na! Ich bin ja nicht am Steuer! Na, 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 na! Ey, da ist mein Personalhaus! Uh! So! Du hast dein Perso gesucht! Auf du, 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 auf du! Dambock! Ähm... Hab ihn unterbrochen! Wuhu! Jetzt muss ich dich wieder suchen, weil du aus der Rotte raus bist, oder? Ich bin nicht aus der Rotte ausgetreten! Ja! Nein! Welcher Otter? Ich bin aus dem Otter ausgetreten Und hab Finn drin stecken lassen Warst du im Otter? Nein im Otter Welcher Otter? Otter Otter Alter komm, wir müssen jetzt mal gewinnen Wir haben bis jetzt 3, 4 Spiele gemacht und nur verloren Ich hab bislang noch gar nichts Geschissen bekommen Ich weiß noch nicht mal was das Sinn des Spiels ist Bislang Ja einfach nur kaputt machen wie bei World of Tanks Hast du World of Tanks gespielt? Nein Ah Das packen wir Nimmst du doch auf? Ja Ah gut dass du mich weißt Ich hab vergessen auf der Aufnahmetaste zu drücken Ja Hatten wir das nicht letztens schon mal mit irgendjemandem? Ja Oh die klauen mir meine ganzen Kills Nein Doch Nein Ich liebe meinen neuen Stuhl ne Oh ja der ist geil Wir haben den gleichen du Wow Hat er so einen geilen Knüppel An was er gleich wieder denkt Er setzt sich auch mal auf den Steuerknüppel Was? Nein Akzeptieren So Das ist ja Felix seine Schiene Äh Danke Ich bin bereit Welcher ist das der Stufe 1 Warum nimmst du keinen Stufe 2 Weil der grad kaputt ist Ja du hast doch 2 Nein Ich bin Das hast du den Ami geholt Ja dachte ich auch aber ich hab den doch nicht Oh 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 Na mal was machst du da hin? im Hangar ich meine hey guck dir die Aufnahme an, dann so weißt du's ich flieg' dir nur blöd durch die Gegend und verreck' die ganze Zeit eigentlich würd' ich gerne was schießen Butter 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 ich 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 hab noch die geile Zigarre Red Tube ey das ist wirklich ne Zigarre ohne Witz gut, dass wir alle Nichtraucher sind, wir sind eine Nichtraucher-Community wir sind auch gegen Alkohol wer das jetzt glaubt, bitte deabonnieren hallo nur weil ich nicht rauche und nicht trinke was er ist Veganer, weißt du von der Hipster und so ich dachte mal, Veganer sind schwul Hipster war doch wieder cool nix gegen Veganer da draußen aber bei Finn ist das wieder was anderes Pater ist auf jeden Fall er ist er hat was gegen Mittenheit ja klar zum Beispiel gegen Finn ja oh neue Map so Pater, du musst jetzt gerade ausfliegen nicht abstürzen jetzt darf ich mir noch von dem Bubi von uns Befehle entgegennehmen oder wie immer wenn du was verkehrt machst geb ich dir einen rein 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 hast du Bomben? nein nein gut da hinter uns ist Freezer er kommt gefährlich nahe, wenn ich das mal so anmerken dürfte er kommt von hinten ungeschützt und wir killen jetzt die da die anderen da jetzt wow, da kommen Gegner ja genau, die müssen wir jetzt killen den linken, den linken, den linken den linken der rechts, rechts, rechts ist das Panda? ist das ein Bisch? wow, du hast ihn gekillt er ist in mich reingeflogen ja, du hast ihn aber auch gekillt ja, aber der hat meinen Heck zerstört er ist tot nein, ich ich gleite hier noch durch ja, aber ich hatte ich hatte so schön auf den gezielt und dann fliegt er dadurch mit mich durch und ich verliere einfach mal meinen Heck ich schmier immer noch ab guck bei mir zu ich bin immer noch nicht abgeschmiert du bist abgeschmiert jetzt bin ich unten jetzt alter, alter guck mit linken ja, ich hab dich, ich hab dich ich hab dich äh, Mist wenn ich irgendwie dann nochmal klicke spult er um, okay da sehen wir den Freezer in einem Sturzangriff auf den Boden er fliegt jetzt in den Baum rein oder auch nicht los, hol ihn hier nimm ihn Sitz Platz aus die Musik ist natürlich sehr stimmig ja, auf jeden Fall geil los, jetzt mach ihn platt mach ihn platt, mach ihn platt los, zeig den Zuschauer zeig den Zuschauern was biete ihnen was los nimm ihn hol ihn dir ähm ich will ja nichts sagen aber das sind Bäume oh, Bäume das sehen wir so eine Meisterleistung von einem Piloten ey, komm ich hab minus eins das schafft so schnell keiner äh 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 suchst du neu? uh, ich hab meinen dicken wieder das klingt auch nicht besser äh 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 kannst du dir mal Musik aus, bitte okay, das Ding ist ja mal so übel geil, ne es ist ja mal so übel fett um was geht's? nicht wieder anmachen Copyright und so nicht wieder anmachen nein, wegen Gamer und so Gamer Copyright bla bla los, komm jetzt starte neu warte ja, welches hast du? da, den dicken den dicken Leri äh wir sind so dermaßen professionell das wird schon wieder ich nehme aber jetzt nicht den dicken Leri ich nehme den zweitdicken Leri wir sind so professionell das ist schon wieder unprofessionell oh ich wurde angestopst ja, ich auch Dambok ah da habt ihr gleich unseren TS gehört da wollt ihr auch mal hallo sagen danke Dambok ach, wir sind auf dem TS wer bist du? Entschuldigung, Katast wer fliegt vor? ich fliege vor du fliegst mir hinterher? ja gut ich bin der Führer ich weiß nicht, ob ich mit meiner Knatterkiste hinterherkomme nein, niemals du bist viel zu schlecht du kannst doch gar nichts wo bist du? leckt es bei dir auch am Anfang immer so ein bisschen? ja, du bist schneller als ich wir gucken, wie man das macht viel schneller sogar guck mal, wie langsam ich bin 100 kmh, will das Ding mich verarschen ich bin bei 400 ja, okay, jetzt geht er mit 2 also in Richtung jetzt hat er 200 drauf ja, Sturzwinkel zu groß YOLO ja, interessiert mich nicht Hauptsache fliege hier ich kümmere mich jetzt um die Festung hier unten mal da 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 bist du das hinter mir, der da schießt, oder werde ich ich werde beschossen verdammt verdammt verdammt, jetzt habe ich schon wieder was vergessen und was? Alter, was ist das für ein Kackflugzeug? du kannst halt nicht das ist nur der Schüssel, was in der Luft ist ja das kann gar nichts außer Damage austeilen unser Flagg sind ungenauer hat er, du musst das andere Hauptquartier angreifen das gehört zu uns ich weiß ich wollte mal eben wenden, dass ich eben ich habe nur noch 76 live ich gehe gleich sowieso runter wie sollst was ist? ich bin mit dem verbündeten Flugzeug zusammengestoßen ja, jetzt musst du mir wohl mal zugucken, wa? jetzt siehst du mal, wie ein wirklicher Pro so etwas tut warte, ich muss erst suchen da ist er ja du hast ihm kein Damage gemacht doch, ein bisschen willst du mich farschen? der hat noch nicht mal die Hälfte weg ich mache auch so glücklich gar kein Damage, du was hast du für eine Kanone? keine Ahnung, das Anfangsding du weißt, du kriegst Erfahrung, damit kannst du das aufwärten ach, cool ja, da erfahren wir gleich was in der Aufnahme irgendwas spannendes das ist sicher irgendwann, naja, nützlich aber ich lebe jetzt immerhin schon mal 2-3 Minuten ich hätte es nicht sagen dürfen, ich merke das schon denk daran, die Bodenziele haben auch manchmal Flakgeschütze, ne? oh ich glaub, das schießt auf dich dann verpiss ich mich hier mal, wa? ich hab nur keinen Boost überhitzt jep warte 21 22 22 23